Willkommen bei AnyDoc Software. Die innovative Art, Dokumente zu verarbeiten. In diesem Video erfahren Sie, welche Vorteile Ihnen AnyDoc Classify bei der Erfassung und Selektion Ihres elektronischen Posteingangs bringt. Die meisten Unternehmen, wahrscheinlich auch Ihres, sind nach Abteilungen organisiert, wobei sich der Dokumentenfluss nach der jeweiligen Organisationsstruktur richtet. Dabei ist es äußerst sinnvoll, den Posteingang, und damit meinen wir nicht nur Papier, sondern auch E-Mail, Telefax und andere Quellen, als Bestandteil oder sogar als Auslöser einer Prozesslandschaft zu betrachten. Oft stoßen Dokumente, die wir als Informationscontainer betrachten, Prozesse an, welche mehrere nachfolgende Abteilungen betreffen. Mit zunehmender Globalisierung und steigendem Kostendruck tritt eine organisationsunabhängige und ganzheitliche Prozessbetrachtung in den Vordergrund. Was sich zunächst komplex anhört, kann in der Realität sehr rasch umgesetzt werden. Da sich Prozesse schnell ändern können und bekanntlich nicht in Stein gemeißelt sind, ist es von großem Vorteil, auch den digitalen Posteingang transparent darzustellen. Wir gewinnen damit höchste Flexibilität, schnell und einfach auf Anpassungen und Änderungen zu reagieren. Wir setzen dafür bei der digitalen Poststellung-Lösung auf unseren Klassifizierungsworkflow. Dieser erlaubt Ihnen, Dokumente unabhängig Ihres Ursprungs, Formats und Transportmechanismen innerhalb der gleichen Verarbeitungskette automatisch zu klassifizieren und somit Prozesse eigenständig anzustoßen. Und so könnte das aus praktischer Sicht auch für Ihr Unternehmen aussehen. Der vorliegende Klassifizierungsworkflow importiert Dokumente aus unterschiedlichen Quellen, wie zum Beispiel eines Scanners, eines Fax-Servers oder eines E-Mail-Accounts. Die Dokumente werden nun zu Nachverfolgungszwecken registriert, wobei gleich zu Beginn des Klassifizierungsworkflows eine erste Vorselektion stattfindet, bei der zum Beispiel Marketingantwortkarten vom Rest der Dokumente automatisch getrennt und entsorgt werden. Danach erfolgt eine in mehreren Stufen aufgegliederte Klassifikation der Dokumente nach unterschiedlichen Verfahren. Sämtliche Prozessschritte laufen selbstverständlich im Hintergrund auf Ihrer Server-Infrastruktur ab. Der einzige Zeitpunkt, zu dem ein Anwender mit dem System arbeiten wird, ist die Ausnahmebehandlung, in der nicht automatisch zuweisbare Dokumente angezeigt werden. In unserem Beispiel werden sämtliche Dokumente der importierten Stapel links angezeigt. Hier werden die vorhandenen Dokumentgruppen, wie zum Beispiel Personal- oder Finanzdaten, angezeigt. Weiter unten stehen dann die verschiedenen Dokumenttypen zur Verfügung. Die zur Auswahl stehenden Arten wurden vom System bereits gemäß der evaluierten HIT-Rate, Erkennungsrate, welche hier angezeigt wird, absteigend aufgelistet. In der Mitte des Bildschirms befindet sich das relevante Dokument und ganz rechts wird die jeweilige Dokumentstruktur angezeigt. Die Aufgabe des zuständigen Mitarbeiters besteht jetzt darin, nicht automatisch identifizierte Dokumente der entsprechenden Gruppe oder Dokumenttyp zuzuweisen. Dabei unterstützt das System den Anwender zusätzlich, indem nicht automatisch erkannte Belege rot und vollautomatisch klassifizierte Dokumente schwarz angezeigt werden. Blau markierte Dokumente konnten aufgrund einer frei definierbaren Schärfentoleranz nicht mit absoluter Sicherheit zugewiesen werden, wobei die wahrscheinlichsten Dokumenttypen zuoberst auf der Liste angezeigt werden. Durch einen einfachen Klick auf den entsprechenden Dokumenttyp oder Gruppe wird dieser übernommen und der Stapel kann zur weiteren Verarbeitung durch OCR4AnyDoc oder AnyDoc BPM weitergeleitet werden. Gerne fasse ich Ihre Vorteile mit der AnyDoc Classify-Lösung wie folgt zusammen. Die Lösung bietet Ihnen höchste Flexibilität und absolute Transparenz. Sie profitieren von über 70 Werkzeugen, welche Sie mittels Track und Drop einfach in Ihren Klassifizierungs-Workflow einbinden können, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Sie können die Klassifizierungsmethoden pro Dokumenttyp selbst bestimmen und das System jederzeit über die grafische Benutzeroberfläche bedienen. Mit AnyDoc Classify profitieren Sie von kurzen Implementierungsphasen und einem raschen Return on Investment. Für eine umfangreiche Präsentation der Lösung sowie eine persönliche Beratung kontaktieren Sie uns bitte unter der nachfolgenden Telefonnummer oder ganz einfach über E-Mail eurosales.anydocsoftware.com Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne laden wir Sie ein, unsere weiteren Produkte per Video anzuschauen. Besten Dank.